WTF Hey Leute, was geht? Und zwar... Wir zocken jetzt die dritte, nee, die fünfte, fünfte oder sechste Folge Let's Rank Up CSGO Ich bin mir grad nicht sicher, es müsste die fünfte, glaube ich, sein, ja. Ich hab vier andere Masterbikes in allem TS, die warten auf mich schon. Deswegen entmüte ich mich jetzt einfach mal und zocken dann einfach gleich los. So, jetzt können wir. Leute? Wollen wir jetzt verarschen, sind ja alle AFK? Bin da da. Okay, wir waren echt alle AFK gerade. Was habt ihr denn hier für scheiß Maps da drin? Mach mal Soul, Lock und Zoo raus. Nein, voll gut, Mann, voll die besten Maps der Welt. Und Overpass, bitte. Nein, eigentlich ist halt immer... Soul, Lock und Zoo raus, der Rest ist okay. So, ich hab' den jetzt alle. Ich geh' den sich nur einschrum. Okay. Dann mach' ich das auch noch schnell. Nein. In der Aufnahme, in der Aufnahme. Ja. Boah, es gab mal jemanden bei League of Legends, der war ein großer Streamer. Der hat dann bei denen, der... Ich glaub' bei SK... Ich glaub' bei SK ist er mittlerweile ähm... Der Coach. Der hat sich im Streamer eigentlich gefabt und hat vergessen, Streamer auszumachen. Pfff. Und das haben halt einfach damals 200.000 Leute oder sowas gesehen, weil der war richtig bekannt. Einfach gestern Streamer auszumachen. Und dann haben alle geschrieben, Fatboy und so. Im... Im... Im Streamer. Und da hat's irgendwie gecheckt. Hat sich schnell angezogen und mit denen geschrieben, oh mein Gott, ich hab' vergessen, äh... Channel of the Stream und sowas. War voll geil. Pfff. Pfff. Mach' raus. Ey, Fanta, ich bin grün, kannst du knicken. Du bist grün? Oder bin ich Dino? Dann mach' ich halt' Orange. Ich kann meine Farbe nicht wechseln, auch jetzt. Nö, deine VBR jetzt. Pfff. So, ich mach' die Stateless rein. Wo, spielen wir eine P2000? Ich nehm' die Rechte. Ich weiß nicht, ob ich mal wieder M4A1 spielen soll, anstatt M4A4. Die M4A4 ist voll von'n Arsch. Nein. Ich spiel' die M4A4. Ja, dir geht halt nie die Muni aus. Du kannst auch mal durch Smoke schießen, einfach. Ja, wenn du richtig spielen kannst, geht über der M4A1 auch die Muni nicht aus. Ja, aber du kannst nicht einfach mal durch ne Smoke sprayen. Ja. Muss man das? Ja, schon. Gerne oder so. Das sind alle da. Hälfte. Egal. Jetzt kommt eben ihr Arsch. Einfach immer. Ich hab' so, dass Lock kommt. Also, wenn Lock kommt... Ich hab' Lock noch nie gespielt. Ich hab' heute zwei Mal hintereinander, äh, Resort gespielt. Ja, war das schon gespielt. Nee, wie spitz ist das denn auf diese Bushmaps? 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 Okay. Äh, ich hab'... Alles klar. Hä? Hä? Bei mir kam nicht mehr was zum Annehmen. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ja. 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 Mann, das ist doch... Ja. 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 Oha, das war... Oha, nice. Geil. Gute Map. Geile Map. Jetzt hatte ich mich gerade gelesen, habe ich schon gedacht, es wird uns dicht. Bitte als Tier anfangen. Nur mal kurz zum Anfang. Das sind keine Chips. Es ist ein Salzstall. Ah, okay. Und du frisst doch genauso, mein Chips. Ja. Du frisst doch. Ich hab mir einfach vier Stück genommen und in den Mund geschoben. Äh, René, kommst du morgen mal? Wo? Zwölfer beschreib' dir. Ja dann hör auf Salzstaben zu fressen man, das nervt. Nein, dieser Get-Racked im Gegner Team hat man heute schon mal drin. T-Side, nice. Oh, Fick Omega Klammel. Wir haben, wir haben Get-Raid im Gegner Team. Oh ne, es ist Get-Racked. Ja, die sind alle wie low. Aber ich verschrei es mal lieber ne. Hast du schon. Ok, jetzt werden wir verlieren. Ja. Werden alle geincent-envolved. Ja. Ja, Wall of Cade schon voll wüge. Kennen wir verlieren, das sind irgendwelche Russen. Oder? Was ist das? Äh, ich schau mal nach. Ach so. Hat mir ein ganzes Magazin daneben geschossen. Es sind... Russen? Ne, es sind Franzosen. Ja, ich hab den gebankt. Hast den gebankt? Bankst du öfter gern Leute? Ja klar man. Wir haben alles um die 600 Stunden. Geht. Ja und der Levi hat schon fast 1000. Ja fast. Ja fast. Ja fast. Ja fast. Oh mein Gott. Stirb doch einfach. Ich treff ihn einfach nicht. Ich pushe einfach den Geistesranker rein. Ey, dieser Panda ey. Okay. Wir müssen richtig auf Ruhe ansonsten, oder? Jetzt hast du meine Awe, Mann. So, wer macht Ansagen? Ich mach Ansagen. Ich bin mal kurz am Klo. Okay, ja dann mach ich. B-Rush. Das funktioniert immer in der ersten Runde. Schnellbleiben. Ich smoke bitte. Kaufen bitte jeder Decoi. Dann dürft sie mal auf A. Boah, kein Decoi. Jeder Decoi kaufen. Fanta du auch. Zu spät. Egal ob das jetzt einer wäre oder wen. Ja. Gar nicht doof. Doof da. Wir hatten Instant Headshots. Komm, Waffling kassiert eh nen Headshot. Drauf, drauf, drauf. Äh, Vend. Oder, äh, Oros. Das war ich. Ich hab Vend, ich hab Vend. BW. Gut. Alle einfach auf Vend. Vend ist trotzdem was. Down. Ähm. Danke. Äh, Z kommt, CT kommt. Ich eben CT, ja. Ah, ja. Sehr aimed CT, ja. Ja, von Spot aus. Okay, das ist ja schon durch. Wusste ich nicht. Äh, einer ist. Ventrug. Boxen. Einer ist ab. Einer oben. Heaven, Heaven, Heaven. Heaven mit Diegel. Ich mach Vend. Ja. Sind alle low in der Nähe. Warte, nicht schießen. Weiß. Der letzte war Heaven. Ja, der ist weg. Der ist mit. 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 Egal, egal. Wir machen jetzt MPs. Arush. Mit Smokes, bitte. Einer smoked, äh, Quad. Und der andere smoked, oft kurz. Ich kann keine Smokes mehr. Ich smoke kurz von Main aus. Das einzige was ich kann. Quad smoke ich, äh, einfach von Main aus aus. Ich smoke alles. Ich smoke alles. Ich smoke alles. Ich smoke weed everyday. Ich hab Bombe, einer muss vorgehen. Äh, äh, Quad steht. Flash. Go, 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 go. Ich hab Bombe, ich komm nicht vorgehen. Fun Spot. Okay, Quatsch steht. Quatsch steht. Quatsch steht. Quatsch steht. Quatsch steht. Ich smoke. Main. Auto. Auto. K, 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 K. K, K, K. K, K, K. K wird hochgeboostet, glaub ich. Ich hab... Ich hab eben den gedruckt, Main. Grün, bück dich. Grün, du bist meine Bitch. Einer Mitte. Oh, sorry, 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 sorry. Äh, Busbeak mal weitermachen. Äh, immer dich auch. Äh, du musst dich schon aufstellen, Mann. Schmetterfrosch. Ja, das ist okay. Dann spring doch. Ha? Ja, der ist schon klar. Ja, gut. Ja. Ja. Lass den alle umfuschen. Yo. Let's go. Gute Runde. Gute Runde. Haben die gekauft? Ne. Ne, und die kaufen auch noch nicht. Gut. Eine Runde sparen und AP ist noch einmal rush. Geben gar nichts gekauft. Also, jetzt haben die wahrscheinlich schon fest. Ehh, einfach noch auf Speed. Und mal drauf. Kepler, bitte Kepler, helf. Pots Waldo. Da hat sich jetzt schon einer gequizzelt von denen. Der ist halt echt. Der ist halt der Beste. Der Einzige, der einen Kill gemacht hat. Geil. Einfach durch. Egal was passiert. Einfach durch. Durch die Smoke. Durch die Smoke. Und drauf. 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 Und CT. Einer. Headshot Rampe. Einer. Headshot Rampe. Einer. Ehm, Headshot Rampe. Nice. Blenden. Holte einer die Bombe. Einer, 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 Einer. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Blenden. Noch einer. Wir haben geforst. Einfach hinten bleiben. Ich bin Kill Guy. Nice. Ich hab's sagt, ich bin Kill Guy. Du machst an. Oh, ne Souvenirwaffe. Ja. Ich hab 5-0 Leute, Alter. 1-0. So, jetzt kann man kaufen. Wir kaufen jetzt voll. Ich spiel so lange UMP, bis... Ja, ich guck voll. Ihr kennt mich ja auch mit UMP, ne? Ja, UMP geht ja auch. Aber ich hab 6-7 gehabt. Da kommst du jetzt nicht hin. Ja, komm. Ich hab da mal auch schon gemacht. Ja, einfach mal gucken. Wo hinde hin? Überall. Die UMP? Die UMP macht... Geht mal mit der Bombe in Richtung... Die macht doch mehr schaffen, die M4-1 ist. Überall. Ja. Wird nicht rushen. Ich spiel langsam. Die haben Waffen. Die haben keine Waffen. Die haben gerade eben 4-0 gemacht. Ja, aber... Ja, aber schon ein bisschen Geld. Ja, nur 1-2 Leute. Wir haben einen Shop gegangen. So gut, weiß ich. Einer, der gerade eben hatte eine Bison. Ja. Der hat mir auch. Einer hat eine Arbeit. Whitebox. Äh, den... Au. Geweckt da, geweckt da mal. Da kommt einer. Ja. Fuck. Ruh, 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 ruh. Ey, wie hab ich den überschossen? Der Hork ist hinten on-spot. Let's show Whitebox. Ich versuchte den. Ich versuchte den. Ich versuchte den. Wo ist Whitebox? Äh, Mitte. Bosch, genau da. Äh, Heaven. Mit Aave. Er hat Aave. Ja, warte. Ich kann für hinten. Flash. Bosch und die AK. Der, der pusht zurück. Lila, geh weg. Ich glaub der... Erste Auto. Oh mein Gott. Das ist der Scheiße. Äh. Die Aave, die Aave, die Aave, die Aave. Schöne Runde. Schöne Runde. Schöne Runde. Schöne Runde. 4-0. Lass mir da echt viel holen. Ich hab schon wieder so viel Assist. Ich seh keine Gegner. Äh, boost mich mal bitte eine Mitte. 2-1. Ja, ich booste dich mit. Ich booste dich mit. Ja, ich smoke ein bisschen. So, so, vorne. Dass man rausdecken kann. Oh, das ist voll das gute Game. Wir macht jetzt schon Fun, ey. Ja, weil die halt schon ein wenig... Wir spielen aber gerade auch echt gut. Ich nicht. Ich flash mit dem Feuer. Stopp. Geht mal einer Richtung Beg. Aufpassen. Ich geh dich durch. Äh, Whitebox steht ein. Ja. Nice. Äh, ja die pushen B, oder? Ja. Da ist einer in diesem Connector. Nein. Plant A, Plant A, Plant A, Plant A. Oh Gott. Einer auf B mit 11 HP und einer vor B. Komm und spot. Da waren welche, ähm, bei... Beide B, beide B. Waren Waffen, ne? Ja, eine AK hatten sie auf jeden Fall. Wir werden versuchen zu safen. Ja. Pushen. Nehmen Assist. Ja, der letzte Schatz. Nice. Schön. Geht jetzt in mir rum und Ausradierung. Ja, wir könnten einfach mal über Mitte auf, äh, Ding mit Smokes Mitte. Und dann über kurz auf A. Okay. Wenn das über 2 ist. Easy. Oh Gott, Mann. Ja, GG. Ja. Ja. Okay. Okay. Äh, über die... WTF. Gegner haben Surrendert. Nach 6 Runden. Ich würde mal sagen, das war das schnellste Matchroom bis jetzt gemacht haben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal zu. Let's Rank Up in CSGO. Ciao. HEDDSHOT. WTF. WTF. Die nächste Folge. Wenn euch aber irgendwas noch einfällt, was ihr... Welche Map ich unbedingt zocken soll. Was ich besser machen kann. Oder was auch immer. Schreibt's in die Kommis. Ich werde's durchlesen und beantworten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.